So, gehen wir es mit Regex an, splitten die verschiedenen Operationen, da wollen wir davon wegkommen, arbeiten mit Regex und dazu importieren wir das RE-Modul. Nach schnell, weil es so schön und schnell ist, PyTest ausführen, ja es funktionieren noch alle Tests, ich kann jetzt anfangen das Ganze umzubauen. Ich lasse einfach mal den Code so wie er ist und füge meinen Code oben an und wie wollen wir das Ganze jetzt angehen? Wir haben wieder einen Pattern und wir haben ein RE-E.compile, also Regular Expression Compile, wir kompilieren das und ich fange ganz neu mit einem leeren String an. Dann, das machen wir jetzt, Mannschaftsname, also am Anfang des Strings haben wir beliebige Zeichen, die wir auch capturen wollen. Dann kommt ein Space und dann kommen mehrere Digits und ein Doppelpunkt. Schauen wir mal uns den linken Teil an, so viel wir eben brauchen. Und jetzt machen wir mit diesem Pattern einen Full Match auf das Raw Result. Und dann schauen wir mal, was das da zurückgibt. Ich mache mal ein Print da, weil ich es nicht mehr auswendig weiss. Und ich glaube mit PyTest, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt das ausgegeben wird, ich probiere es mal. Da bekomme ich da schon mal eine Warnung. Invalid Escape Sequence, ja, Backslash hat er nicht gerne. Ich mache einen Raw String daraus, wo eben solche Backslashes nicht als Escape Sequenzen interpretiert werden. Ich starte es noch einmal. Okay, jetzt habe ich hier einen Test, der durchläuft. Ich bekomme aber diese Ausgabe hier nicht. Übrigens bei XUnit geht das leider auch nicht, diese Ausgabe anzuzeigen. Aber bei PyTest gibt es eine Möglichkeit. Und das heisst PyTest minus S, das steht ironischerweise für Silence. Dachte ich, bin mir nicht sicher. Ich starte es einfach jetzt mal und sehe da None. Also es matcht nichts. Der Test läuft zwar noch durch. Ja, wir müssen mal schauen. Full Match Raw Result, das klappt noch nicht. Also das habe ich jetzt dieses Mal falsch gemacht. Pattern, Array.compile, Raw String. Es fängt an. Ich habe beliebige Zeichen. Dann ein Space. Dann kommen mehrere Zahlen. Und eigentlich nochmal mehrere Zahlen. Und dann noch der Auswärtsteam-Name. Und dann ist es dringend zu Ende. Ah, das war das Problem mit Full Match. Ja genau, ich gehe vielleicht, buchstabiere mal zurück. Mache hier einfach einen Match. Dann fängt er, glaube ich, nur vorne an zu suchen. Vielleicht macht das einen Unterschied. Jawohl, das macht einen Unterschied. Jetzt matcht er das Ding, obwohl ich noch nicht den ganzen String beschrieben habe. Full Match. Brauchen Sie, wenn Sie wirklich den kompletten String matchen wollen. Was wir eigentlich auch wollen. Aber jetzt hier, wenn wir das schrittweise machen, war es eben die falsche Wahl. Ich habe jetzt hier ein Match-Objekt. Und schauen wir mal, was dieses Match-Objekt. Nehmen wir es da hier raus. Match. Das da. Oder Matches. Und dieses Match hat auch wiederum so Gruppen drauf. Groups, glaube ich. Geben wir mal die aus. Bild den Methoden. Ah, es ist eine Methode. Schauen wir mal, was da zurückkommt. Und das haben wir da drin. Also FCL beim oberen Fall. FD Schalke 04 beim unteren Fall. Das sieht recht gut aus. Also können wir jetzt eine Tupel. Löschen mal das Print hier. Jetzt können wir ja wirklich anfangen zu arbeiten. Und jetzt schauen wir da, wie wir das Home-Team extrahieren. Mit Match-Groups. Vielleicht sollen wir die Groups, weil es eine Methode ist, auch noch abspeichern. Groups. Null. Sehr optimistisch. Achtung, jetzt hier wird keine Variable redeklariert, weil ich keine Variablen deklarieren muss. Es wird aber überschrieben. Das muss sich verhindern. Ich kommentiere das unten aus. Lassen Test laufen. Jawohl, das klappt immer noch. Obwohl das Home-Team jetzt aus der Regex kommt. So, weiter im Text. Das möchte ich als nächstes. Home-Team. Ich nehme vielleicht mal Home-Goals. Geht in der Regex von links nach rechts. Groups 1. Die gibt es noch gar nicht. Mache ich die. Groups 1. Und muss ich aufpassen. Home-Goals wird dann unten überschrieben. Natürlich würde das laufen. Schauen wir mal, ob das da klappt. Nein, ich habe es kaputt gemacht, weil es eben ein String ist, den ich zurückgebe. Und wir aber eine Zahl wollen. Schauen wir, ob das läuft. Wunderbar, das läuft. Jetzt kann ich das da unten löschen. Und ich sehe da PartsLeft ist grau, weil es nicht mehr gebraucht wird. Und Left Part ist grau, weil es nicht mehr gebraucht wird. Jetzt kann ich das löschen. Funktioniert immer noch. Und jetzt geht es weiter im Text. Ich habe hier das Matching und dann das Extrahieren. Gruppiere ich es ein bisschen. Und was haben wir hier? Away-Team. Groups. Mach es mal ganz naiv. Dann nehmen wir zuerst die Away-Goals. Int Groups 2. Das wird nicht klappen, weil die Group Tuple Index Outer French, die gibt es noch gar nicht. Also mehrere Digits. Eins oder mehrere bei einem Kontersieg. Schauen wir mal, ob das klappt hier. Ja, das wird jetzt gecaptured. Aber Achtung, Away-Goals ist immer noch das da. Ich lösche es einfach mal raus. Ja, das klappt immer noch, wenn ich es aus der Regex nehme und unten nicht mehr überschreibe. So, jetzt zu guter Letzt nehmen wir noch beliebig viele beliebige Zeichen. Und speichern das als Away-Team-Up. Groups. 0, 1, 2, 3. Hier ist der Index anders, weil der Match 0 nicht der gesamte String ist. Das ist ein Implementierungsunterschied gegenüber der C-Sharp-Regex-Implementierung. Und wichtig, Away-Team darf ich hier nicht mehr haben. Das brauche ich auch nicht mehr. Das auch nicht mehr. Das auch nicht mehr. Ich meine, Code vereinfacht. Jetzt kommt alles aus der Regex. Funktioniert es aber auch noch? Jawohl, es funktioniert. Wir können jetzt auch noch hier sagen, dass hier das Dollar dran muss, weil der String dann fertig ist. Das ändert überhaupt nichts an der Sache. Ich kann aber jetzt hier statt Match, kann ich wieder dieses Full-Match verwenden, weil der ganze String gematcht werden muss. Und auch das klappt noch. Regex braucht es nicht sehr oft, muss auch immer nachschlagen. Ich kann Ihnen dann sonst noch ein Tutorial verlinken. Aber jetzt hätten wir das umgebaut. Am Test haben wir nichts geändert. Läuft ihm noch alles durch. Git-Ads aus der History. Oh nein, das ist das Falsche. Ich mache es von Hans. Git-Ads, Tests, Soccer-Table-Test und Soccer-Table-Parsing. Parsing, Commit Reimplemented Parsing with Regex. Dann werde ich jetzt fertig. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was gelernt da. Sie können auch die C-Sharp und Python-Implementierung miteinander vergleichen. Python einfach naturgemäss etwas kürzer, weil es halt schwach typisiert ist. Und ich spare mir weiter Kommentare, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis bald im Unterricht. Auf Wiedersehen.